So, und jetzt das, ich glaube, das ist jetzt das zwölfte Let's Play, oder? Wo man verliert ja da schnell doch die Übersicht, wenn da so viele Teile werden. Das heißt, wir haben jetzt schon fünfeinhalb Stunden hinter uns. Ja, danke, dass ihr mir bisher hier gefolgt seid. Und es wird Zeit, dass wir hier langsam das Ganze abschließen und schaffen, weil ich immerhin auch Hitman-Absolution noch durchspielen muss. Ja, also starten wir einfach mal. Ja, dann hin. Na-Palm draufwerfen. Atombombe, weg mit Haiti. Oh mein Gott, was mit China? Well, all diplomatic contacts have ceased. But as you can see, Beijing, Shanghai, and Hong Kong, they're not as much danger as we are. Is this it? Is this the end? Madam President, may God help us. Ah, Gott muss uns da nicht helfen. Ich helfe, das muss reichen. Judgment Day. Oh, jetzt gucken wir Terminator 2, oder wie? Hat er aber nicht in Haiti gespielt? Ich hab früher mal Tahiti gesammelt. Oh, jetzt dürfen wir wieder fliegen. Fliege. Fliege, fliege, fliege. All right, Section, you're good to go. All right, listen up, we have our objectives. Shut down the transmission, controlling the drones. Nicht quatschen. Execute kill capture order on target Raul Menendez. Weniger quatschen, mehr fliegen. Mach die Klappe auf. Ja. Time on target, 30 seconds. Ah, ich kann keine 30 Sekunden mehr warten. Oh, shit, da ist nahe. Seht da. Nur weil ihr 30 Sekunden warten wolltet. Selber schuld. Also ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich geh jetzt fliegen. Go, now. Get out, get out. Ja, halt die Klappe da. Yeah. Sieht da, das sei dasselber schuld. Control your descent. Oh, ich muss ausweichen. Ich seh nix mehr. Ja, ich versuch's. Hallo? Äh, ich bin noch ausgewichen. Hm. Abwohin, du möchtest. Besser geht nun mal nicht. Ich kann nix mehr sehen. Wie soll ich denn da ausweichen? So. Hoffentlich kann ich jetzt mal wieder ballern. Fliegen war ja schön gut, aber... Oh, aber fliegen und ballern wäre noch besser. Wie geil ist das denn? Habt ihr gesehen, wie der von die Kugel geflogen ist? Hahaha. Oder der? Wie geil ist das denn? Äh, wenn du nicht mal die KI richtig bieten kannst. Fliegenflank, 100-series-bildungs. SC-2, bist du auf? Affirm. In position to parallel your movement east side. Set on rooftops 300-series-bildungs. Copy all. Main effort moving south. Update as needed. Enemy claw to our front. Rear units are being hammered before they even hit deck. Knock out the AA-laser mounts on the roofs. Take out the quadrotors. RPGs on the south-catlock. Guys in cover. Behind the barricade. Take out the claw. Ah, nein, nein, nein. Mann, ich hasse Granaten. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. W-W-W-W-W-W-W-W-W. Say status. Establish containment western flank. 100-series-bildungs. SC-2, are you up? Affirm. In position to parallel your movement east side. Set on rooftops 300-series-bildungs. Copy all. Eih, wie super mit fornieden. Moving stop. Update as needed. Enemy claw to our front. Rear units are being hammered before they even hit deck. Look out the AA-laser mounts on the roof. Arp-G's on the roof. Copy stairs. Oh, Mann, Leute. Jetzt bin ich weit genug weg, dass mich keine Granate trifft. Und dann trifft mich trotzdem ihr Scheiß. Guys in cover. Behind the barricade. Take down that claw. Oh, Mann, ey, Leute. Das ist doch jetzt, das ist doch wohl echt nicht wahr. Das ist doch mal echt zum Kotzen. Element 1, stay status. Establish Containment Western Flank, 100-series-bildungs. SC-2, are you up? Affirm. In position to parallel your movement east side. Set on rooftops 300-series-bildungs. Copy all. Main effort moving south. Update as needed. Renn mir nicht in den Weg, du Spacko. So. So. Oh, von wo kommt das denn jetzt schon wieder? Und warum habe ich jetzt so eine Waffe? Die ist auf einmal her. Don't get sidetracked. We're here to shut down the transmission and kill Menendez. Was schießt denn da noch? Ach so. Ja, hier liegt doch einmal rum. Boah, was hier alles in die Luft fliegt, ey. Da glaubt mir kein Mensch. Oh, Mann. Die sind ja überall. Hä? Ist mir jetzt einer auf dem Kopf gelandet mit dem Fallschirm oder was? Oh. Oh, da ist ja gar nichts. So. Ey, Leute, warum sterbt ihr nicht einfach? Ey, was war das denn jetzt schon wieder? Die sterben einfach nicht. Das habe ich doch ganz genau gesehen. Ich schieße den in den Kopf. Und trotzdem. Oh, ja. Schönes Wetter. Ich glaube, ich bewege mich mal ein bisschen. Ich haue den Gameplay mal auf den Kopf. Und gebe mich ein bisschen Sonnen. Okay, genau. Das zeigt mal wieder. Einfach brutale Gewalt. Einfach durchrennen. Das hilft auch meistens. Ich wollte mich hier nur mal umsehen. Oh, ein iPad. Oh, das sieht interessant aus. Hey, das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt echt nicht sein. Wo kam denn das explodierende Auto jetzt her? Das ist online. Be advised. I'm calling down the thunder. Ey, hallo. Was? Wie? Wie? Verschwenden war es halt hier. Ja, das hat so irgendwie gar nichts gebracht. Ja, das ist. Incoming on the catwalk. Pushing through the supply area. Held ist da. New camo. Taking sniper frame from the catwalk. Da, die stehen schon wieder. Ich hab die gerade abgeschossen, oder? Ich hab die gerade abgeschossen. Ja, ja, ich weiß. Ich bin der schlechteste Black Ops-Spieler aller Zeiten. Oh, na. Boah, das ist doch nicht wahr. Granaten sind mein Steckenpferd, glaube ich. Wahnsinn. So, jetzt habe ich Bock bekommen, noch ein bisschen mehr zu snipern. Oh, habe ich doch einen übersehen. Ach, wer sitzt hier irgendwo. Alter, kann ich ihn auch nicht finden. Warte, Moment. Was hat denn jetzt schon wieder so auf mich geschossen? Was hat denn jetzt schon wieder so auf mich geschossen? Oh, nee. Das war ja einer von mir. Ach, keine Lust jetzt hier. Oh, meine Muni ist fast alle. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus, aber... ...bringt mir leider nichts. This way! Downstairs! Dammit! Return fire! We're out of time. We're out of time. Locate that control room and shut down the broadcast signals. Oh, was hat denn da für eine schöne Waffe war? Enemy ASDs! Kill it! Oh, die sieht schick aus. Oh, die sollen mir doch helfen. Ja, ja, das. No! Genau! Man, wir sind nicht leidig! Let's go! 5,3! Keep moving! Broadcast room is just ahead! Main effort is located broadcast source. SC-1, say status. 100 series building perimeter established. SC-1, switch profile to checkpoint responsibilities. Or with this place locked down. Roger that. Oh, die Waffe ist auch cool. Eben futuristisch, ne? Ich brauche ne neue Waffe, Muni ist alle. Hallo. Oh, auch schick. Oh, das war knapp. Oh, schick. Ah, my console crashed. What do you got? Can you get in? Ram Menendez is transmitting a live webcast. He's on right now! Mobulance... is safe. And we all pay for it. Los Angeles... was the flagship of their absurd materialism. So I destroyed it. I'm locked out. Can you hack into the system? They thought I wanted to kill the president. We're fucked. Doña Presidente... I could have buried you a million times over. No. I wanted you to see it. To feel it. So I'm such a plot. The drones are being in control from Haiti. What? Sir, there's nothing more we can do. Today, we cannot regain access to the drones. Two billion people exist. In abject misery. Tyrannized by them. He's ready to strike New York. Gotta stop it. What the fuck? He self-destructed the drones. Your military... Why? He's crippled. You cannot stop us now. What is the end? Rise. In strike while they are down. In strike. No. In strike. Alright. Let's move out. Saksha, we got a body. One of ours. He's been stripped of his uniform and kit. Wait. Don't move him. Oh. Can't just be so doof. I've seen this. I've seen this before, but I've seen a Dildo Bomb. I've seen this before. This is SE-2. We're monitoring multiple explosions across the facility. It's Benindez. He's trying to cover his escape. All stations to this net. All checkpoints to the tanks. Anyone who attempt to leave AO. Even those in uniform. Checkpoint 4 Checkpoint 4 We have unidentified persons approaching Halt, hands up, drop your weapons Who's Checkpoint 4's location in my HUD? We're Americans Take it easy Orders or no one passes, stop where you are Relax, we're on the same team Checkpoint 4 is down We need to move Ach nee Ich sterb diesmal viel, kann das sein? Hey! 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 Achoo... Hey! There's my gun in need no! Hey! Hey! Yeah, Indiana Jones like Ich hab meinen Hut vergessen Nein, nein, nein Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich glaub ich krieg einen Stein auf den Kopf Würde mich nicht wundern Denn wenn ich jetzt einen Stein auf den Kopf kriegen würde Und tot wäre und wieder von vorne anfangen müsste Oh, da ist der Spacko Oh, jetzt muss es zu einem Ende kommen Ich muss ihn jetzt töten Ja Ja Und jetzt schieß mir in die Birne Mach Schieß ihm in die Birne Macht es Ich kann leider nichts machen, Leute Ja Ich hab X gedrückt Töt ihn Ja Tut mir leid, Leute Ich muss euch enttäuschen, aber ich bin leider kein moralischer Typ Ich bin nicht dafür, dass man so Leute noch gefangen nehmen muss oder sowas Man muss den gnadenlos einfach in den Kopf schießen und Ende Das ganze Rechtssystem ist für einen Arsch Deswegen einfach töten, wenn sowas ist Ich weiß, da spreche ich den ganzen Leuten aus Texas jetzt hier aus Aus der Seele Oh, jetzt kriege ich bestimmt eine Belobigung Weil ich so toll mit der Risse in den Kopf geschossen habe Papa Ich habe dich verletzt! Dad! Meine Arsch! Where the fuck have you been for 30 years? This video is triggered to play upon my assassination. Yes. Cordes Thier you know how to proceed. My death. Deswegen wollte ich ihn eigentlich zuerst nicht erschießen, weil ich dachte ich will ihn den Märtyrer-Tod nicht sterben lassen. Egal. Ich konnte einfach nicht anders. David Mason von Sergeant Woods. Another Mason? Oh fuck. He he. Hey! Hey, 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 hey! Jesus Frank! Ich zeige dir jemanden an. Hey, das ist Dave. Dave! Wie geht's? Das ist dein Vater. 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 Vater! Vater. Ja, aber du standest. Ich muss sagen, das Spiel, das war jetzt echt das geilste Call of Duty Singleplayer-Spiel überhaupt. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr mich, naja, wenn ihr das gemacht habt, zwölf Folgen lang begleitet habt durch das ganze Spiel. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, mein nächstes Projekt ist jetzt Hitman Absolution. Und ich hoffe, da begleitet ihr mich wieder. Ja, ansonsten, wir wollen jetzt, glaube ich, nicht das ganze Outro sehen, oder? Ja, deswegen brechen wir jetzt hier ab und ich sage, ja, wenn euch das alles gefallen hat, auch nicht vergessen zu abonnieren und den Gameblamer bei Facebook zu suchen und zu liken. Dann kriegt ihr auch alle neuen Infos von mir immer sofort. Okay, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. 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 Ciao.